gut an der use finale wir haben das was wir eigentlich in letzter zeit was immer haben signal ep rechts und leuthomas links im finale mal sehen wie es diesmal ausgeht hoffentlich nicht so wie immer los kartoffelbrei ne bieber ok ja ist alles dasselbe immer thomas gegen signal ep ist halt echt so ist halt echt so rabigator bedroher dieser kampf geht 31 runden ja es ist in ordnung das ist ein schöner als langes finale nicht zu lang ich glaube das ist genau richtig ok mir gabi bohr direkt die steinkante ab und das reicht und das ist schon mal gut betont hat das signale ps mega direkt raus ist das ist gut das könnte ihm richtig was bringen am ende aber wer weiß ne keine 80 runden nö gut proben kick immer mitten in die trasse rein und eis strahl so er ist überhaupt gewechselt aus x-pads wieder troben kick sieht überhaupt nichts ab so wechselt thomas jetzt auch und da hat er was er wechselt aufs schrank und der schrank kommt rein mp leon das ist ne bäre reduziert den schaden ok und die attacke ging daneben ja geil erstkräfte noch mal und das reicht tschuldigung dummpeg queen of kings kriegt er die verbrennung er kriegt keine verbrennung gut und er wechselt wieder aufs schrank ach weil er wusste dass die knabe p auch wechselt das war gut das war gut das hätte aber auch schlimm enden können da ist der schrank und das schrank fällt um ab ins ricky adekal maxi king 5 hat er noch er hat noch 5 und er haut erstmal die stacheln raus der schrank fällt um ja so wir vulkanion mach ein nicker schuh das wird der schrank so er hat den stein getroffen auch das muss wieder wechseln bevor es einpannst der raki jungen doppelgänger jawohl und der kriegt einen ab aber lebt noch und brennt oje oje das hext und maxi king lebt mit 11 kp noch krass nimm ihn raus ja verbrenne so expert macht wieder stolz luke alter wie viel das abziehen mit blutsauger solzig kp wieder 23 neuer maxi king und da kommt reikou rein der wird das viel wegkrotzen oh shit zumpeg donnerblitz wirkt nicht auf soempeg oh der muss auch wieder wechseln ok ruller der wusste das ok ravigator avigator 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 macht einen abschlag ok nicht schlecht ho und er muss wieder wechseln 11 pro 10 runden noch auf hüte wasser sooo juckt nicht wirklich und das war ein crit ok das war ein scheiß crit wieder x bad gut das x bad das stopt langsam nur vom ein wechseln so wieder wechsel auf rabigato der crit war stark und er nimmt ihn raus okay dürfte es ja wieder gleichstand sein oder das x bad 1 kp noch er hat noch raikou 3-3 mit stolzflug stirbt er jetzt ne naja ok x bad ist down jetzt sind es nur noch 2 zum pack ach ja das ist irgendwie blöd ne das zum pack ist blöd und deswegen wird auch gewechselt und wenn es so weiter geht sieht fast besser für thomas aus diesmal was ist denn da los irgendwas japanisches kommt rein ach vulkanium ok groben kick das macht sogar schaden na gut was macht vulkanium jetzt erst mal wird er outspeed gelber bereich feuersturm so jetzt haben beide noch zwei und raikou ist am stoff raikou kann spukball oh und er lebt noch oh 3 kp alter scheiße nochmal spukball ok jetzt hat er nur noch zum pack das ist echt glaube ich das spannendste finale was wir hier hatten krass das ist ein gutes finale so was kann er jetzt machen spukball wieder wie viel zieht das ab nicht genug ok zum pack kann er beben und kill das jetzt jetzt geht's ab man die letzten zwei er hat noch bibor er hat noch mega bibor er hat noch mega bibor und haut die kehrtwende raus und er gewinnt boah was ein kampf alter was ein kampf geil das ist ja hardcore lol thomas nimmt signal apple raus und gewinnt das turnier fast das ist ja gg we cozy